wir sind immer noch in einer fetten schießerei im casino herzlich willkommen zurück zu mafia 3 also doch noch ein bisschen zeit von unseren jungs gekippt aber langsam bist du mir ein bisschen auf den fiss wir werden euch das uralte tänzchen tanzen muss aber auch gut sein jetzt mal die zonen auf kohle natürlich mitnehmen dann geht weiter ich gehe in der kopf hat er zu oben oder hat er scheint da oben zu sein der kollege mit seiner restlichen otto rasch weiter So, ist er das oder ist das der Letzte? Nö, ist der Letzte, erstes. Dann ist hier Feierabend. Dann ist hier Feierabend. Schön langsam. Und die Frage ist, dürfen wir das jetzt nochmal machen oder kriegen wir das als Cutscene gesehen? Das ist das Ende von Samarkano. Also Georgie ist auch tot. Damit fehlt es, wie gesagt, eigentlich nur noch einer in diesem Display. Na, da haben wir ein paar Leute. Okay. Ich habe natürlich keinen Gegner mehr. Keine gefallen. Keinen einzigen. Keine Waffe mehr. Keine Waffe. Ấn Ellis. No. No. Oh. 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 Jetzt habe ich das Casino verlassen. Äh, Moment. Oh, ist hier kein Aufzug? Nehmen wir die Treppe. Was machst du, liebe Leute? Vielen Dank. 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 Wir sind... den Thron oder verlasse die Stadt. Wir hauen ab. Wir haben erledigt, was wir wollten. Jetzt ist es Zeit, seinen Traum zu erfüllen, neu anzufangen. Komplett neu an, ganze Scheiße hinter sich zu lassen und einfach gehen. Das war wieder in der Mende, doch nochmal alles ins Sand setzen. Ja, unser Auftrag ist erledigt. Und das war, sich an den Leuten zu rächen, die uns die ganze Scheiße eingebaut haben. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Vielen Dank. 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 Das war es mit Mafia 3. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns auf jeden Fall dann demnächst wieder mit Work Wars Z. Ich habe morgen dann um 18 Uhr. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.